Ich war in Portugal ein Schauffer und nachher bin ich in Schweizer, um die Arbeit zu finden. Ich bin ein Schauffer von Spross. Ich fahre mit Mulde und die Disponenten fragen mich, ob ich diese Mulde wachsele. Ich fahre mit leeren Mulden, wachsele mit vollen Mulden und wieder zurück und nachher kippen die volle Mulde. Es ist wichtig, das Material alles zu verteilen in die Mulde, wenn ich sie aufsehe und nicht kippen. Auch wichtig ist, wenn die Mulde voll ist, langsam auf und langsam kippen. Ich fahre in der Stadt meistens. Ich schaue immer die Bele und die Person. Ich bin sehr froh mit Spross. Ich bin ein Schauffer und bin immer der Chef. Ein Schauffer. Ich bin auch schön als Prosse. Und gut die Leute, alles Siemer, Van Brugge, Elfa, alles Elfa. Ich stehe gerne morgen auf, weil ich weiß, lasst du agrafaren.